es passt wir sind fertig wir haben riesigen bastiger gebaut was jetzt noch machen würde ist vielleicht hier er hat einfach so ein onesie an alter ist egal ist egal wir lassen es einfach so wir haben riesigen bastiger gebaut man könnte schon schöner machen wir lassen es jetzt einfach scheißegal dann eben rechts falsch ne hier ist auch richtig das ist bastiger g sein skin hier ist nichts falsch alles richtig bis zum nächsten Mal